Die niederländische Regierung geht konsequent vor. Ab Dezember wird die Asylpolitik verschärft. Ab dem 9. Dezember werden für einen Zeitraum von sechs Monaten vorübergehend Grenzkontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Belgien eingeführt. Ziel dieser Maßnahme ist es, illegale Migration zu verringern sowie Menschenschmuggel und grenzüberschreitende Kriminalität gezielter zu bekämpfen. Eine der wesentlichen Änderungen betrifft die Rückführung illegaler Migranten, die bereits in anderen europäischen Ländern einen Asylantrag gestellt haben. Diese Personen werden direkt nach Deutschland oder Belgien zurückgeschickt, ohne in den Niederlanden die Möglichkeit zu erhalten, ein Asylgesuch einzureichen. Ein weiterer zentraler Punkt ist die geänderte Beweislast. Künftig müssen Asylsuchende selbst nachweisen, dass sie ein Recht auf Schutz haben. Damit entfällt die Verpflichtung der niederländischen Regierung nachzuweisen, dass ein Antragsteller kein Bleiberecht hat. Um die Identität von Personen ohne gültige Papiere festzustellen, sollen diese künftig in Gewahrsam genommen werden. Dies soll verhindern, dass Identitäten bewusst verschleiert werden und gleichzeitig die Verfahren zur Identitätsprüfung und Entscheidungsfindung beschleunigen. Zudem plant die Regierung im kommenden Jahr zusätzliche Unterbringungskapazitäten für abgelehnte Asylbewerber und illegale Migranten zu schaffen, die auf ihre Abschiebung warten. Bis Jahresende will die niederländische Regierung einen Bericht veröffentlichen, der bestimmte Regionen in Syrien als sicher definiert. Menschen aus diesen Gebieten können dann kein Asyl mehr in den Niederlanden beantragen und müssen in ihre Herkunftsregion zurückkehren. Darüber hinaus wird geprüft, ob Personen aus diesen Regionen mit unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung diese verlieren können. Auch die Anforderungen für eine Familienzusammenführung werden verschärft. Künftig ist sie nur möglich, wenn die Bezugsperson über ausreichenden Wohnraum ein stabiles Einkommen und seit mindestens zwei Jahren über eine Aufenthaltserlaubnis verfügt. Die Regierung betonte zudem, dass Personen, die die Gastfreundschaft des Landes durch kriminelle Aktivitäten missbrauchen, konsequent abgeschoben werden. Dies soll direkt nach einer Vorurteilung erfolgen. Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit, die wegen terroristischer oder antisemitischer Vergehen verurteilt wurden. In solchen Fällen verlieren diese automatisch ihre niederländische Staatsbürgerschaft. Schließlich wird mangelnde Kooperation bei der Rückführung künftig als Straftat gewertet, um die Durchsetzung der neuen Regelungen zu gewährleisten und die Effektivität der Maßnahmen zu erhöhen.